Hier, kannst du schon mal den Scherchen runterklopfen? Mach ich! Mach ich! Stefan, halt mal die Kamera hier! Hast du schon auf Aufnahmen... Ja, freilich. Jetzt haben wir hier 18 Mettbrötchen reingefeuert. Jetzt brauchen wir einen Hammer. Woran ändert dich das? Was hier speziell? An Carstens festes... Wir sind heute bei Lutze, die geile Sau. Also viele von euch kennen Lutze mittlerweile. Der ist ja auf jeder Veranstaltung bei Holzkontrolls. Auf jeder. Und das ist der sympathische Typ mit Pfluppe in der Fresse. Unser Praktikant. Der ewige Praktikant. Wir sind heute bei Lutze und machen heute... Ich erkläre mal kurz, was wir vorhaben. Weil dann stellen wir die GoPro auf für Lutze hat hier mal so ein Poolhaus. Ist hier echt nur ein Poolhaus, oder? Es wird wieder eins. Es wird wieder eins. Und hier in dem Wasser lagert da mittlerweile Hechte. Und ein 8 Meter Bandmaß. Der Karsten hat 8 Meter Bandmaß voll abgezogen. Das war echt eine freche Nummer. Muss ich mal echt sagen. Hier wird natürlich so ein kleines Männerstübchen entstehen. Boah, ein kleines Brennertätät für Inde. Wir machen heute erstmal folgendes. Digger, mit dem Spanggott können wir hier nicht rein gehen. Da passiert nichts. So. Das schmeißt du dich um, wenn ich das will. Das schmeißt du dich um. Ne, wir müssen weiterbauen. Diese Welt kann hier nicht eingehen. Hier kommt jetzt ein 12.24 Uhr drauf, weil hier in der Mitte ein relativ großes Fensterelement reinkommt. Hinten der Schirmschein müssen wir wegbauen. Das machen wir gleich. Und dann... Nachbauer, grüß dich! Und dann kommt hinten noch eine Auflage drauf und heute sparen und... ...ja, sagst du schon, 24 Raussprungen. Das ist heute unser Auftrag. Es ist jetzt genau 12.10 Uhr. Wir sind zu spät, weil der Holzhändler sich nicht aus der Knete bewegt hat. Ja, dann würde ich sagen, lange Rede auch keinen Sinn. Wir legen jetzt mal richtig los. Halt die Gazelle an, du leck mich fett, du leck mich fett, du leck mich fett, du leck mich fett, du leck mich fett. Körst du, du leck mich fett, du leck mich fett, du leck mich fett. Du leck mich fett, du leck mich fett, du leck mich fett. Das ist heute unser Auftrag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Ich habe doch gesagt, Kofkeh in Festool. Hab ich dir das gesagt? Hartmut Scholz ruft einen. Oh Gott. Ja bitte. Ach, wir haben noch zu tun. Jetzt schneiden wir ab. Die Kanten zusammenpacken. Zusammenpacken und noch ähnlich außen. So, also wir haben jetzt vom Sperren her 33 Meter drüber angerissen. Das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, damit kann man leben. Ihr seht ja selber, wenn man nicht aufpasst, wie wir vorhin, dann kommt das immer schnell aus der Fuge. Wenn man quatscht und macht und tut. Aber alles Gutes wird es ja eh nicht mehr nachher sehen können. Von daher ist das relativ entspannt. Muffel, beste Werkzeug in der Form, oder? Oh, herrlich. Herrlich. Und dann habe ich, wie ich gesagt, meine alte Muffel rausgeholt. Die hat funktioniert. Die 85. Sag ich doch. Weil du so gespart hast. Das ist so, Technically, das ist wirklich gut. Zeig mal her, das Zeugnis. Auch wenn die immer liegt. Wenn die liegt, dann liegt die ja. Passt doch, geht doch noch. Das ist eine Isolierung. Hast du ein Isolierband? Wir haben nicht reingeschnitten. Wir haben es drin geworfen. Grün heißt kein schwarzes. Stefan, ich gebe dir jetzt die Kamera runter. Machen wir nachher mal abschließende Worte für das Poesiealbum. Ich? Sind das auch mit der Ziele in den T-Shirt-Fäden? Mach doch mal aufdrücken, da wirst du sehen, was du ziehst. Lieber nicht. Der Nutzer ist der einzige mit dem ich das nicht mache. Ich habe auch gerade die Schulter. Ich habe Körper und ich habe gegen ihn gewonnen. Du hast gewonnen? Ja. Gegen wen? Gegen dich. Genau, wir können das Video mal angucken, wer er gewonnen hat. Gibt es ein Video? Das gehört hier nicht her. Gegen Wolfgang, können wir schicken. Junge, da waren wir zugegeben. Da haben wir einen großen Werkstatt. Ja. Habt ihr euch wohl daneben genommen? Über den Rollwagen. So, du hast dann angefangen. Los, dann schnappst du. Was trinkt ihr dann schnappst? War ich auch richtig, oder nicht? So, Frau Lange in das Haus. Das ist Frau Lange. Die heiratet Lutze. Den da. Bei uns den ersten. So, komm, wir gehen mal kurz Bauopnahmen machen. Komm mit. Schon abgeleitet. Das stimmt. Wird nicht glücklich. Ihr merkt, bei uns auf Baustellen ist das immer so. Ja. Das Dach ist jetzt drauf. Der Rauschbund ist drauf. Das Dach ist alles dicht. Alles verbolzt. Wir sind jetzt soweit durch. Jetzt kommt Lutze. Morgen macht ihr die erste Laris eine 200td. Eine besandete Dachbahn. Und dann kommt eine P, Y, E drauf geschweißt. Und dann habt ihr die nächsten 20, 25 Jahre Ruhe. So, ihr Lieben. Tut mir leid, wenn es ein bisschen chaotisch war heute. Das ist hier nun mal so. Das sagt halt jedem Video. Bei dir sind wir besonders chaotisch, aber auch immer lustig. Lutze, mach das nochmal. Stefan hat heute ein schönes Mettbrötchen für uns gemacht. Na ja. Es sind nur noch 2 Stück übrig. Jetzt wurde mal Mausi vorher noch geschmiert. Nein. Ich esse auch was nicht. Was? Wir verabschieden uns bei dem Video jetzt. Mausi is kein Mettbrötchen. So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.